...Standteil zum Rohstoff, an dem ein unermesslicher Wille knetete. Ich kann nicht mehr. Ich muss den Hauptmann sagen. Rutsch, Marsch! Mein Fuß tut so weh. Geh doch hin zu ihm, Rutsch, Marsch! Achtung! Rutsch, 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 Rutsch. Wollten Sie, Herr Hauptmann, aber ich kann nicht mehr. Mein Fuß tut so weh. Welch eine Katastrophe. Er hat in seiner Ahnungslosigkeit vorwitzig das Wort an eine Macht gerichtet, von der man nur stumm und auf...